Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen, aber actionreichen Präsentationsvideo. In diesem möchte ich euch einen kurzen Eindruck davon vermitteln, was für fantastische Aufnahmen die Insta360 ONE X2 machen kann. Dazu bin ich heute in diesen Lost Place zurückgekehrt, um ein paar spektakuläre Aufnahmen zu machen. Und in einem späteren Video möchte ich dann genauer auf die Details von dieser Kamera eingehen, genau erklären, wie solche Aufnahmen zustande kommen, wie man sie am Rechner und am Smartphone bearbeitet und was es alles für Möglichkeiten mit dem Gerät gibt. Derzeit bin ich noch in der Einarbeitungsphase, das ist halt, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, bis man damit wirklich umgehen kann. Und wenn ich soweit fertig bin, wird eben das richtige Review kommen. In diesem Video halt nur ein kurzer, actionreicher Einblick. Film ab! Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020